Iris Klein, öffentliche Entschuldigung Peter Klein Ich war schon ein Miststück, gibt Iris Klein, 55, auf Instagram zu. In den letzten Wochen konnte sie es nicht lassen. Die Trennung von Peter Klein, 55, immer aufs Neue zu kommentieren. 20 Jahre war sie mit dem Mann zusammen, der sich jetzt laut ihren Aussagen in eine andere Frau verliebt hat. Neue Anfeindungen bekommen ihre Fans jedoch jetzt erstmal nicht mehr zu hören. Neben ihrer Wut bewegte Iris bei den öffentlichen Vorwürfen noch eine andere Hoffnung, über die sie offen spricht. So ehrlich und reflektiert hat man die Mutter von Daniela Katzenberger. 36, selten gesehen, voller Einsicht meldet sie sich auf Instagram und entschuldigt sich für das Gesagte. Was sie sich von den ständigen Sticheleien gegen Peter erhofft hat und wie es jetzt um das Verhältnis der beiden steht, erfahren Sie im Video. Verwendete Quellen, Instagram.com 12. Doch